Kirstie Hoffen würde sagen, einerseits, andererseits. Geh mal ran. Geh mal. Hallo? Ja, Schme. Ja, Schme. Was ist? Brauchst du EM-Witze? Ich hab EM-Witze. Was EM-Witze? Ist doch vorbei die Zeit. Brauchst du keine mehr. Ich hab EM-Witze. Pass auf. Ein Uhr. Welchen Spitznamen brauchst du, ne? Ja. Welchen Spitznamen hat die Frau, die den Franzosen die Trikots wäscht? Hm, Schme? Was denkst du? Schwer, das weiß ich nicht. Tricolore! Hier, Schme, du musst noch einen. Hier, komm. Noch einen? Ja. Was sagt der italienische Torhüter, wenn er von seiner Frau einen geblasen kriegt? Ja, Schme? Was sagt der? Das find ich toll, du. Ah! Das ist nicht EM-Witze. Ich hab super EM-Witze. Wie heißen die beliebtesten türkischen Spieler? Was denkst du? Das ist zu schwer, das weiß ich nicht. Das ist doch so klug. Ja. Ja, ich. Wie denn? Er kann, sie kann nicht sein. Ah! 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 Das ist aber ein ganz besonderes Schmitt. Ja. Ja. Was hat der Gegenteil von Obermaß? Von Obermaß? Ja. Diesen olympischen Spieler? Ja. Weiß ich nicht. und Tapper und die... Ah! Hast du noch einen? Ähm, ne. Tschüss du? Tschüss! Hey!